Ich will einfach noch sagen, euch auch herzlich begrüßen natürlich, aber auch sagen, es ist uns eine große Ehre, Ruta und Patrizia, dass ihr unsere Gemeinde in Japan vertreten tut und dass du, Ruta, von Patrizia aufgeschnappt wurdest oder umgekehrt und einfach so den Dienst ihr gemeinsam tut. Und ihr besegnet uns, es ehrt uns auch als Gemeinde, wie wir sehen können, wie in der ganzen Welt Menschen berührt werden, die von hier rausgegangen sind und das Evangelium erzählen. Und wir sind sehr froh, um euer Leben, wollen euch immer wieder segnen, mit allem, was uns möglich ist, wollen auch für Japan beten, betet auch für uns. Wir wollen natürlich nicht, dass alle Leute, letztendlich kam wieder jemand, der hat gesagt, ich will auf die Mission und ich merke, manche möchten einfach auf die Mission, weil sie denken, dort ist es leichter, aber es ist nicht leichter. Bei euch erkennen wir, ihr seid nicht gegangen, weil es hier schwierig ist, sondern ihr seid gegangen, weil ihr einen Ruf von Gott gekriegt habt. Und dort habt ihr auch Kämpfe, die sieht man euch jetzt äußerlich nicht an, Spannungen, Nächte, die vielleicht traurig sind, aber Gott ist mit euch und wir möchten, dass ihr auch betet, dass bei uns viele auch hier sind, die einen Dienst tun, trotz Widerwärtigkeiten und bereit sind, einfach Gott gehorsam zu sein und ihm zu dienen. Wollen wir ihnen einfach nochmal Danke sagen, einen Applaus geben, einen herzlichen Applaus. Ja, vielen Dank. Es ist gewaltig, was Gott so wirkt und es ist ganz wichtig, Gott wirkt nur durch Menschen, die sich Gott hingeben und Gott weihen. Wenn ich das so sage, denkst du an Schweiz oder Österreich oder Deutsche oder aus Afrika vielleicht, das ist Druck, es ist nicht wahr. Das Beste im Leben ist für dich, Gott geweiht zu sein. Du magst im Leben viel Vergnügen haben, viel Glück haben, vieles mag dein Leben beschenken und ich weiß ganz genau, wirklich glücklich wirst du nur dort, wo dein Leben Jesus geweiht ist. Es sieht nicht einfach immer aus, aber es ist der höchste Segen und ich möchte einfach nochmal dieses Blatt, dass ihr das anschaut, die Taufe hat auch mit dem zu tun. Sagt es Menschen weiter, es ist der letzte Moment zur Anmeldung oder nächsten Samstag im Taufunterricht dabei zu sein oder genau auch, denkt einfach auch daran, dass die Jüngerschaftsschule startet, wenn jemand aufsteigen will, weil bald, es geht nicht so schnell, gerade wieder eine los, die Möglichkeit auch nächsten Sonntag. Es ist mir ganz wichtig, wenn ich das so wiederhole und manchmal lästig bin, ich weiß, wären Menschen nicht lästig gewesen in meinem Leben, wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich bin. Es hat Menschen gegeben, die mich gestört haben, weil sie ständig mich angesprochen haben für mein Leben, für meinen Dienst. Ständig. Ich habe mich mal so pseudo verliebt und meine Chefin, das war eine Frau eines relativ wohlhabenden Mannes, die Möbel verkaufte und Möbelausstellung hatten, die kam zu mir und gesagt, Walter, das ist nicht dein Weg. Diese Frau sieht äußerlich gut aus, aber innerlich eine Räuberhöhle und Gott will dich fürs Reich Gottes gebrauchen, heirate sie nie. Und ich hätte der Frau, der Chef in den Hals umdrehen können, hätte sie geschwiegen, hätte sie gesündigt, aber eine Frau, die Gott hingegeben war, war es. Ich habe sie respektiert bis zu ihrem Tod. Sie ist im hohen Alter gestorben. Und es ist ganz wichtig, das zu sehen, das Beste im Leben ist, Gott hingegeben zu sein, aber ganz. Wenn du mit Jesus gehen willst, musst du dich trainieren mit Christus. Müssen wir unsere Kinder, ich sage jetzt bewusst, müssen wir unsere Kinder einfach in die Lager geben, dass sie mit Christus konfrontiert werden. Ich wurde mit acht Jahren, habe ich Gott erlebt. Und wenn wir das nicht machen, frage ich mich, sind wir wirklich wiedergeboren als Eltern? Gehört unser Leben wirklich Christus? Weil es ist das Beste. Ich konnte auswählen in meinem Leben, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen? Ich wusste, ich konnte, hatte die Möglichkeit, das weiß ich heute noch, das funktioniert hätte, sehr reich, sehr wohlhabend zu werden. Und ich hatte diese Möglichkeit vor mir. Menschen haben gesagt, du wirst so alles können, wie das niemand kann in diesem und diesem Gebiet. Das haben sie mir sogar in den Gasthäusern gesagt. Wenn ich ins Gasthaus etwas trinken ging, haben sie gesagt, schau mal, schau mal. Und es war brutal, als Gott rief und hat gesagt, bist du bereit, alles zu verlassen, alles und mir nachzufolgen? Es war ein brutaler Kampf als junger Mensch. Die Welt stand offen. Und ich bin froh, habe ich das gemacht. Weil es gibt keine höhere Befriedigung als im Dienst für Gott, auch im Berufsleben. Und wie radikaler du das tust und lebst, umso gesegneter bist du. Ich werde jetzt das Thema nehmen. Wir haben begrenzt Zeit. Ich werde etwas spielen, weil wir wollen auch für Menschen beten heute. Der Heilige Geist und die Geistestaufe. Ich wollte nicht heute jetzt extrem theologisch arbeiten, auch nicht schwerfällig es erzählen, sondern ich möchte möglichst einfach, dass jedes Kind versteht, um was es geht und was ich meine. Und ich glaube, es ist für jeden, ob du jetzt 100 Jahre schon mit Gott läufst oder erst ein Jahr, kannst du daraus aus dieser Botschaft etwas nehmen. Das hat mich sehr beschäftigt. Und zwar, wir lesen dazu Apostelgeschichte 1 natürlich. Apostelgeschichte 1, wir sehen hier ganz klar, ist etwas erfüllt worden, wo in der Bibel steht, der Heilige Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, der Heilige Geist ist zugänglich. Das heißt, der Heilige Geist ist zugänglich.